Hallöchen Freunde! Servus! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind hier in Slums von Pantaguel, oder wie man das auch immer ausspricht. So, wir müssen uns langsam rantasten. Ich überlege gerade, holen wir die drei oder holen wir erst die beiden? Also, rein theoretisch würde es mehr Sinn machen, wenn wir uns die beiden erst holen, ne? Falls wir die abknallen und die dann auch noch rüberkommen. Würde das, glaube ich, mehr Sinn machen. Du hast auch Magnificent Physik. Schönen Reih- und Gliedmänner. Ich habe voll vergessen, mich um Munition zu kümmern. Oh, Scheiße! Okay. Okay, ähm... Du gehst hier hin? Du versuchst da hinzukommen? Fick dich! Äh... Scheiße! So, gehen wir's da hin. So, gehen wir's da hin. Hier, gehen wir's da hin. Ihr Bein geht hier mit hin. Tschau. Sauber Geil Los, roll dich rüber So Bum und bum So Den kriegen wir rüber Sehr schön Okay, die haben wir auch Wenn nur noch eine scheiße Ich glaube, da ist ein paar Lüte in hier Äh, Bomben Wächter mit Wächter mit Michael Ich habe ein Target So Du gehst da mit Du gehst da mit Du gehst da mit Die eine Kugel heb ich mir für den Scharfschützen auf I will fall on them like a tree in the forest So Ja I can tell this will be good The hairs on my toes are tingling Oh, das war nix Let's show them what we're made of This is what happens when you are not properly pumped Sehr gut Ah, it hurts, it hurts Going undercover Careful Moving undercover Ready to um Do stuff Good chance of me um Not missing Ciao That was neatly done Got it I'll shoot at anyone I see I mean Bad guys Of course Just the bad guys So Du gehst da Huh Waiting for orders Copy Moving for ambush What They cannot keep what they can or Kill one of us And we kill ten of you I mean Getroffen Ah Kommt schon Geil Sehr schön For the legion For the legion For the legion Feindlicher Verborgener Zug Say Mal Kannst Du Order received ich will übertreiben ich so na komm schon so immerhin um genau ja ja schön ungenau ja warum nicht ich bin aus der Kugel wo kann ich mehr bekommen? ist es eine Kugelmaschine oder so? Ciao sehr gut ok das ist nicht gut haha einer weniger sehr gut noch einer weniger läuft der war gut Styroid der war richtig gut 1024 oder received slow and steady position yourself perfectly ok honestly I do not feel it is fair to make me watch over everyone dann ich in den she wechseln wieder gehen direkt ganz die die das die 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 Okay. Ja! Ja! Sehr schön! Den müssen wir jetzt aufknüpfen. Das sind keine... Fick dich, jetzt kommt der nicht mal da hoch. Das ist nicht ein guter Ort, für mich zu sein, gerade jetzt! Haha, das war's. Nein, nicht da hoch. Jetzt hat's geruckelt. Toll. 90 Meter. Was haben wir denn hier? Okay. Okay, und nehmen wir mit. Aufteilen, aufteilen. Das ist natürlich nicht cool. Kombinieren, bumm, juhu. Kann man die auch kombinieren? Ne. Okay, jetzt geht's auch noch mal. Okay. Okay. Wir müssen auf jeden Fall wieder Munition herstellen. Und gehen wir mal da hin. Gehen wir mal da hin. Ich glaube, wir brauchen eine 9-Millimeter-Waffe. Ich glaube, wir haben richtig viel 9-Millimeter-Munition, kann das sein? Oh, wobei. Oh, wobei. Geht. 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 So, nur einmal hier rum. Sieht aus wie ein Thron. Ist dein Luxusstuhl nicht hässlich oder billig? Ja, alles klar. Das kennen wir ja schon. Wie wäre wie eine Falle aus. Okay, es ist eine Falle. Okay, es ist eine Falle. So. Und so. Und so. Und so. Und so. Und so. Hallo? Scheiße. Fuck. Let's go, yeah? Fuck. Take a look at this. That was rude. And painful. MP5. Ähm. Reichweite 20. Reichweite 20. Reichweite 20. Dreimal 8 Schaden. Dreimal 8. Vier Crit. Ja. Die ist genauso. Bescheiden. Drei Teile. Und kommt mal hier raus, Männers. So. Was haben wir denn hier? Ist das wieder so eine Ausrüstung? Rucksack und... Ah. Geil. Ich muss hier die Kupferküße und alles, was dazwischen liegt. Okay. Herr vom leichten Gewerbe. Alles klar. Tata. Let's go. Da gehen wir sofort rein, Leute. Let's keep moving. Ich möchte nur mal gucken, ob hier irgendwie was zu finden ist. Aber sieht nicht so aus. We should take a closer look at this. Ja, das ist da drin, ne? Wir gehen hier nochmal rein. Oh, hier ist ja auch noch ein Gebäude. Aber da kommen wir nicht rein. Also wenn man das mal frisch polieren würde, dann wird das ein richtig schönes Bad werden, ne? Ich glaube wirklich, es wäre verrückt, dass wir irgendwas hinterlassen würden. Ja. Dann nehmen wir. Dann nehmen wir den mit. So. Gut. Dann auf ins leichte Gewerbe. Ja. Müssen wir ja nicht alle mitnehmen hier. Willkommen in Lelyse Rouge. Schießen, Fluchen und Schlechtes irgendwas. Keine Ahnung. Ah ja. Ah ja. Oh. Oh, am I kidding. It's a brothel. But at least it is clean and respectable and the girls are healthy. If I could say the same about our country, it'd be a much nicer place to live. Oh, well, let's see. My dear Molly was kidnapped. The carnival celebrations are ruined. And the town is full of scumbags who think they can abuse my girls and get away with it. What will happen next? It's a plague of locusts? It is a fiesta of love and happiness here in Ponta Gruel. There is music, drinking, dancing in the streets. And then it always comes to its peak on the square in front of Lelyse Rouge. We are the main sponsor of the event, darling. But this year's carnival ended up in chaos when Shemarenga started his stupid war with the Lujon. Why don't they stop with their games and make love instead? They seem to need it. Okay. A fine gentleman, that's what he is. A very clean and good looking man. And what is more important, he is a good person. Any woman would fall for him. I know he likes me, but he wouldn't leave behind this foolish revolution of his and just settle down. Grand Sien doesn't need more wars. It needs people like him to rebuild it. Okay. Molly? Each year, they crown the prettiest of my girls as carnival queen. Dress her only in flowers and carry her around on a throne. Oh, wow. That sounds nice. Molly surely looked wonderful. She's a nice girl. Maybe a bit too nice. She was smiling at everyone and you know, darling, she has that twinkle in her eye that makes everyone like her. But I guess that's why she was kidnapped by one of those crazy commandos. Molly wurde entführt? I think it was that lunatic boy with the rifle. He said his name was Smiley. He came here after the ceremony and wanted to see Molly. I told him what I told everyone. She was bathing and besides, there was a waiting list. Then he smiled like an idiot and disappeared. An hour later, when I went to check on her, she was missing. Okay. If I only knew, he would be dead, darling, commando or not. One cannot kidnap one of my girls and just get away with it. Lelyse Rouge has many friends. All I know is that he was seen leaving town with my Molly and they were going south. And if he was stupid enough to go to the refugee camp, he will be easily found. Just make sure to ask my friend the shaman about him. Okay. Den shamanen nach Smiley fragen. Oder Molly. Okay. Zählen sie uns für den Kommando. There are some foreigners like you who worked with dear old Shimmeringa. His Marquis have a high opinion of Les Mercenaires, but all I know is that one of those buffoons kidnapped my Molly. You seem to know them. I won't ask questions. I just want Molly back. If you can return my girl home, I will see that you are awarded in the best ways Lelyse Rouge can provide to you. Wir wollen den Tatort sehen. She was bathing in the building nearby and her room is upstairs. I don't know where exactly she was kidnapped from, but I ordered the girls not to move anything. Anybody hear any screams? It is strange. We didn't hear anything. But, of course, the party was quite loud. You know how it is, darling. Anyway, please investigate. But be careful around my girls. Whatever their profession may be, they are not toys. Okay. I need a girl. No one hurts my girls. No one ever. No matter if you are Lijon or Marquis or the president of Grand Chien. You may never hit a girl. Yet there are some who did just that. I want them dead. So that everyone will learn what happens when you mistreat a lady. Okay. Nennen sie uns Namen. Here. I write them down for you. Make them all pay. And I'll pay you. Fair service for a fair price. And mutual respect. That is my deal for all of my customers. We may sell our bodies, but we never sold our human rights. Okay, ciao. Please find Molly and return her home, darling. We all miss her dearly. We can use this. Maman möchte, dass die Männer sterben, die die Mädchen von LaRouche misshandelt haben. Okay. Okay. We'll do. Locked. Verschlossen. Okay, das Zimmer wäre oben, haben sie gesagt, ne? Sure. Nein, 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 hier bleiben. So. So. Das ist nichts. Auch nicht. Okay, dann gehen wir mal hier rein. Na, komm schon. Ach so, das ist unten. Okay. Es gibt keine Anzeichen für einen Kampf im Raum. Einige von Mollys kleinen Stücken fehlen allerdings. Anscheinend hatte sie Zeit, sich umzuziehen, bevor sie geschnappt wurde. New in town. Let me show you the sides. Okay. Ja, dann könnten die hier runter, hier runter und wären weg. An den Fuß abdrücken und auf dem staubigen Hörnchen kann man erkennen, dass jemand hinter diesen Fässern versteckt hat. Okay. Nehmen wir mal hier rein. So. Hallo. Bei der Bahn, weil da sieht alles in Ordnung aus. Keine Anzeichen eines Kampfes. Und die haben wir jetzt auch noch nicht. Wurde nicht von hier entführt. Okay. Heißt für mich, Molly wurde nicht entführt und ist freiwillig mitgegangen. Richtig. Äh. Ja, ja. Okay, ähm. Notizen. Was ist das? Hier ist tot. Ja, habe ich aus Versehen ungelegt. Mammans Mädchen. Okay. Was war das? Dramen. Mammann hat Gefühle für... Okay. Okay. Die goldene Uhr. Verschwörung. Schatzsuche. Als Aktiv festlegen. Möchte das Team in der Stirn... Ja, aber woher weiß ich denn welche getötet wurden? Ah. Ah. Okay. Da eins. Wo? Wo ist der dritte? Wir sind anscheinend nur die beiden. Okay. Ähm. Miliz ausbilden. Boom, boom. Ich denke, wir können das mehr effektiv machen. Ich glaube, alle die Budget-Meetingen sind endlich bezahlt. Gut, äh. Verletzungen behandeln. 102 haben wir. Was was? Ne, brauchen wir nicht. Let's go. So. Gehen wir direkt hier rüber und dann da rüber. Hier ist auch einer. Mamas Mädchen da. Äh, okay. Jene. Eine abgerichtete. Oh. 1, 2, 3, 4. Oh, das tat weh. Flomag von Flat Town. Oh, der Angriff tat weh. Ah, weirrt. Ich bin nicht an der Beobachtung. Das ist Santiago. Meine Beobachtung zu verlieren, dein Kollege Beef-Up-Scott. Mach dich nicht auf dich selbst. Die Merck-Team setzte sich in Gefahr, wegen ihrer eigenen Inkompetenz. Okay. Ich kann die Schmerz in deinem Spruch hören, Corazon. Show some respect. Biff was a coward, but he died like a man. That's why the Legion exists. To turn the people in this country into warriors. No, that wasn't at all the Legion's Charter. I wanted... Come on, say it. You wanted the Legion to be your little personal army, when you hired me to create it. Right. You miserable piece of mercenaries. Listen to me. I can explain everything. Meet me at the refugee camp as soon as you can. Okay. Santiago, out. Aha. Verschwörung? Alles klar. Ach ja. Scheiß drauf. So. Alles klar. Wow. Ähm. Dann würde ich kurz mal... Söldner-Info. Datenbank. Drei Stunden. Bumm. 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 So. Oh, kein. Das läuft. Die Frage ist, jetzt gehe ich erst runter? Komm, Scheiß drauf. Let's go, würde ich sagen. Holen wir die uns. Bruh. Dann gehen wir mal hier hin. Ich habe immer noch keine Munition gemacht. Ah, leck mich am Arsch. Zäher Schlitzer. Missbrauchstäter. Ähm, k-quietly? Like this? Moving undercover. Copy. Moving for ambush. Huh? Repositioning for ambush. Scheiße. Where did I die attack? Lauf nicht so weit weg. Oh, da ist auch einer. Ja, 10-4. Session. Okay. Waiting for orders. Taking position. Ja, sehr gut. I will keep watch. What? Ähm, come here. This shot may compromise my position. Okay, scheiße. Nein. So. So. Wieso kannst du nichts? Ah, Munition verbraucht. Okay. I will try to remain hidden. Okay. Dann mal weiter. I'm hit. I'm hit. Okay. Da ist noch einer. Oh, 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 oh. Kill them all and send them to hell. Ah, fuck. Fuck. Read you. Bye 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 five. Moving out. Go, 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 go. Weg mit dir. Copy. Moving over there. Okay. Ähm. Yes? I don't know where target is locked. I'm out of ammo. Dead? Ähm. It looks good. Munition verbraucht. Oh, no problem. This is Granti. Like Mother always says, if the tactical situation is favorable, then see the opportunity. They cannot keep what they cannot see. Yeah, yeah. Okay. Oh, wow. I need bullets now, damn you. Read you. Five by five. Okay, Freunde. Ich würde hier einen Folgenpost machen. Und, ähm. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao. 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 Ciao.